Ich werde in letzter Zeit immer wieder über die private Nachricht gefragt, ob ich gewisse Leute nicht einfach so supporten könnte oder ob ich mal Leute in Videos erwähnen oder verlinken kann und möchte hierzu jetzt offiziell mal sagen, einfach so kann ich nicht einfach irgendwelche Leute verlinken oder in Videos erwähnen, weil es einfach unfair für die anderen Leute wäre und ja, weil das am Ende halt dann artet es so aus, dass mein Channel einfach nur aus Werbung besteht und das will ich natürlich nicht. Aber nun habe ich eine Idee, wie ihr trotzdem ein bisschen Aufmerksamkeit auf meinem Kanal bekommen könnt und natürlich auch den ein oder anderen Abonnenten abstauben könnt und zwar brauche ich in nächster Zeit ein paar Gameplays und nun kommt ihr eigentlich ins Spiel. Wenn ihr ein paar Gameplays habt und auch YouTube macht oder müsst ihr eigentlich gar nicht, dann könnt ihr mir eine private Nachricht schreiben, indem ihr mir den Link zu dem Video schickt oder mir einfach den Titel sagt, dann suche ich mir das selber raus und dann werde ich mir das Gameplay runterladen und werde es in den Videos verwenden und ihr werdet dann am Anfang des Videos erwähnt und natürlich auch in der Beschreibung verlinkt und dann haben wir beide was davon. Es darf halt bloß kein Video sein, wo jetzt Copyright drauf angemeldet ist, aber ich denke mal, das versteht sich eigentlich von selbst und ja, das ist das, was ich euch anbieten kann und worüber ich mich sehr freuen würde, wenn das in nächster Zeit so funktioniert. Schickt mir einfach Links über die YouTube-private Nachrichtfunktion oder wie der ganze Schrott da heißt und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, ich hoffe, dass ich Gameplays bekomme und dann ciao. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich am liebsten Minecraft und Call of Duty Gameplays haben möchte, aber sonst halt auch irgendwelche anderen Shooter oder andere Spiele sein können. Ich möchte bloß keine Horrorspiele oder keine Strategiespiele, weil die sich irgendwie nicht so wirklich eignen zum Kommentieren und das war es dann eigentlich auch.